Na Axel, bestellst du neue Boxhandschuhe im Internet? Nee, mein Schatz möchte unser Schlafzimmer und die Küche neu gestrichen haben. Da ich nicht so gut bei Marland bin, steck die Arbeiten zur Versteigerung bei MyHammer ein. So kriege ich Top-Handwerker zu Top-Preisen. Die Nummer 1 bei Handwerker-Auktionen. MyHammer ist der Hammer.